Du solltest dich mal entspannen. Zu viel Arbeit ist nicht gut für dich. Das ist etwas, wovon 93% der deutschen Frauen träumen. Dann kommst du vielleicht selber drauf, zu welcher Gruppe ich gehöre? Zu den 7%? Wie hast du das nur so schnell ausgerechnet? Untertitelung des ZDF für funk, 2017